so leute da bin ich sagen hey leute was geht ab wir haben schon ein stück bei kanal ich bitte eine spielte und heute wieder mit den fortleid jetzt gedacht ja hallo wenn wir werden nicht mein zuschauer angezeigt und du schon direkt da muss los So, jetzt wird mir die Zuschauer angezeigt. Mir geht's gut und mir geht's den Loks. Hoffentlich geht's dir auch gut. Digga. Digga, Alter. Auch gut, das ist nice. Licht. Kommen wir später an. Können wir miteinander zocken? Ja, können wir machen. Vielleicht ist das nämlich auch schon noch im Stream, weil ich glaube, ich stream so ein bis drei Stunden. Auf jeden Fall stream ich länger als gestern Abend. Und das weiß ich. Wir gehen aber lang hier schütteln. Nice, die Kombi. Nice, die Kombi. Ich geh mal wieder zu... Shure the block. Ich mache jetzt 20er-Bombe 100 Euro. Ja, erstens. Ich hab keinen Spenden, Link. Und einen zweiten 20er-Bombe werde ich nicht schaffen. Aber wir... Ja, Gott. Yeah. Und erste Runde und die sind 20er-Bombe schaffen. Digga. Astler. Aber ich hoffe mal, dass ich ein paar Kilds hole. Ich wäre halt geil, wenn ich hier mit ein paar Kilds sterbe und dann mit null Kilds sterbe. Ich sehe nicht. Wo ist in drei Jahren Schantal ist leider noch nicht online. Leider ist Chantal noch nicht online. Okay. Ah, schade, ja, ist wirklich schade. Wieso findet er eine Pump und ich nicht? Also keine gute Pump. Oh, ich kann da mal gucken. Oder auch nicht. Mach mal eine Verkucke. Soll ich jetzt direkt aus der Runde lieben oder soll ich die noch machen? Ja, ich kann da mal gucken. das war nicht kräftig hier ist der heutige shop ich würde sagen den jura immer mal den hier ich liebe die musik von dem tanz leute ich schwöre wir haben letzte älte parkour noch Jäi, endlich! Jäi! Aja! Aja! Moi! Jäi! Das wäre ich belastend, wenn du dir auf einem anderen Account hattest, der gehackt wurde, weil der Pant ist halt schon geil. Aber wenn ich den mal wieder via WhatsApp und den dann wieder im Shop ist, glaube ich, schenke ich dir den auf den Haupt-Account einfach mal wieder auf Ehre. Aber wie angepisst Chantal gestern war, ne? Weil der Geschenk nicht gekommen war, Digga! Ich hab halt so gefeiert, wie Chantal angepisst war, aka Lukas. Lukas? Digga, ich will sie bei uns schon treffen, na? Kai, ich will sie bei uns schon treffen! Digga, ich treff es nicht! Ich hab kein A mehr! Ich hab kein A mehr! Digga, ich hab so kein A mehr! Ich schwöre! Digga! 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 ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich schwöre, wir brauchen ja den längsten Zeit für. Es ist immer so. Ja, dann habe ich es halt ignoriert, okay. Es ist natürlich belastend. So, jetzt habe ich es geertet. Und welchen Grund, der es auch immer machen sollte? Teil. Lassen. Schau mal. Wie meint ihr mitgeschrieben, warst du so, ah! Oder warst du jetzt geholt? Ach, Digga. Wie meint ihr das jetzt? Okay. Okay. Wer war, glaube ich, meine eigene Realität schon auch gewinnt. Also, fuck, geschrieben. So. 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 ich kann zentral heute noch online oder was wir haben ein schlimmes garage mit dem arsch gewesen ja diese habe ich eigentlich im wasser nicht gesprintet hoffentlich kann kann heute doch online okay das ist natürlich auch also bin ich los richtig Digga, diese Scheiß-Schrotflinte! Ja. Ja, okay. Digga, diese Scheiß-Drum-Schrotflinte! Ja, okay. Ist okay noch. Diese verkackte Scheiß-Drum-Schrot-Gun. Ich hasse sie. Die soll weggehen. Tschüss. Digga, man, die soll nicht verpissen! Können die die sich wieder rausnehmen, Leute? Wäre doch gut. Oder nicht? Ja. 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 Jäga... Jäga... ich würde sagen ich gehe hier so so chest island heimark ah ja kann ich mitspielen ja kannst du da er hat wieder diese verfickten ich habe diese scheiß drum shotgun leute wie findet ihr die mir ja auch kein bock teaming bahn und sowas einzugehen es tut mir leid ich habe abgestaubt aber ich musste sein irgendwie tut mir jetzt leid warum ich dich kille weil ich wusste dass du es bist aber das muss also hatten wir versuchen in die nächste runde reinzukommen wir machen wir den default denn ja ich kenne dich noch mag ich wusste nicht dass du es wie sorry ja ich weiß dass du getanzt hast aber die gar nicht sorry ich wusste nicht dass du es warst sorry dicker ich wusste nicht dass du es warst du hast kein herz ich wusste es doch nicht dass du es warst ja also schimmelt in der welt jetzt so aber ich war real talk digger real talk wenn das denn wirklich gewesen wäre es dann war einfach die folge Aber als wenn das ein Freund von mir war. Wie soll denn der bitte so zufällig in meine Lobby gekommen sein? Oder ist er wirklich mega zuverlässig? Oder er ist gar nicht dein Freund? Kann ja auch sein. Aber warum hat er getanzt? Das stelle ich mir immer noch als Frage. Mann, nein, bitte lass Mark in Ruhe, Nox. Nein! Nein! Mark! Mark, was noch geht, schreib das nicht ernst gemeint. Ja, bitte nimm's nicht ernst. Nein! Das Mark in Ruhe! Oh! Oh, mein Interessant wieder kommt Spröck. Vielen Dank. Was glaubt ihr, werde ich die Runde noch ein paar Kids holen und alle die Win holen wir nicht? Ja, Digga, Siegfried von Müll schon. Ey, lese das mal durch. Versuch der raus irgendwie so ein... irgendwie mit Rhythmus zu machen. Und er hat sich so lustig an, ne? Marco und in deinem Kanal. Ey, echt. Also, ich habe 233 oder so. Oh, ich kann gleich nachgucken. Der muss Kopf in den Mikro rutschen, Digga. Muss los! Enemy? Enemy? Hier ist auch jemand. Ist er besoffen, Digga? Ei, Ariga. đây ist ein... nicht связi. Tja ja, ich höre. Ich höre. Und jetzt ist er auf einmal, ich höre. Ich höre. Ich höre. Und jetzt sind die Kugelbrenz. Jäger. Und jetzt ist er dein Kugelbrenzler. Okay. Digga. Gank, der ist mir immer Gang geschrieben, nicht Gang. Hier ist Arina. Gut, da habe ich doch ein bisschen verschätzt und 20 Punkte. Ich weiß nicht, ob ich gleich noch GTA spielen soll, Mann. Ja. Jo. Ich mache mal eine Gruppe auf öffentlich und dann kommst du rein, Marc. Ja. 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 leute ich muss fordern jetzt beenden wir kommen schon bei uns sie denkt sie wäre dummer ich weiß nicht ob ich dir soll ich gta jetzt öffnen und gta stream oder soll ich dinge ist und er soll ich oder soll ich den fiel jetzt die nachdenken oder weil ich fort mit weiter streamen wegen stream titel und so fänden so gut war okay so 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 ja ist die musik zu laut oder passt die leute schreibt ein live chat so 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 ich höre sie fast nicht jetzt müsstest du sie eigentlich schon so 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 ich würde mich sehr freuen wenn ihr alle abonniert und ein like gebt und die glocke aktiviert das habe ich im letzten schon vergessen zu sagen naja aber so so oder so so Lost Mark Mark hat mich eingeladen Jetzt kann ich auch mal auf meine alte Streams reagieren Das mache ich noch heute Das ist eine gute Idee, Nox Mark, ich habe dich eingeladen, wie gesagt, ne? Mark Ich bin in der Runde Sehe ich hier nicht, sehe ich nicht, ne? Ich bin in der Runde leute ihr könnt euch auch sehen so jetzt müsst ihr eigentlich was sehen eigentlich ja jetzt nein warum in welchem zu fahrst du dabei irgendwo bei klaren bewerbung hier wahrscheinlich nein da warst du glaube ich nicht dabei weiter runter wo warst du denn bitte dabei warst du hier da warst du ja ja und die Klappe was die Klappe ich finde es nicht die dabei war schon du hast also sehr viel dabei was wir hier dabei nur warum da war jonas dabei hier wirst du dabei der alle anfang der triggert mich schon wieder komplett der anfang ist jetzt schon wieder komplett getriggert und ich gucke jetzt hat Marc so mit Marc immer noch mal ah ist klar Ah, ja. Hm, stimmt, Nox. Das stimmt. Ich sag, eins zu spüren. TSM, TSM, Maxi, überlassen, was? Nach zwei Sekunden, länger als eine Stunde. Hi, Ben. Und dann geht die direkt wieder raus. Das? Das? Das war schon wieder komplett. Das dachte ich mir noch nicht. Ich hab kein Ziel, was du meinst, Nox, gerade im Chat. Ich kann auch nicht, die Abitur machen, der Lachs. Wir sind immer noch die Vierlobby. Hat man jetzt was im Chat? Digga, sechs Minuten, wo sind denn keiner runterrein? Ja, wow. Bro. Okay, also, dann... In Philipp, hey, okay. Okay, also, jetzt gehen wir... Okay, ich guck jetzt, wie ich mag. Okay, Marc, ich bin mir in der Runde. Oh, du hast das Video hier, speichere ich mir ab. Obwohl... Oh, nee. Mach einfach zu. So. Moin, Marc. Ich mach den heute der Bildschirmaufnahme aus. So. So, Leute. Ich würde sagen, wir ranken den noch so später drauf. Oh, Max. Can you speak in? Nox. Hast du deinen Weg in deinen... in deinen Alter abproberiertest du nichts? Noch gesagt. Ich bin Level 52 und meine Box 72. Ja, siebenkünftig. Mark, kannst du reden? Ich schrei auf mal kurz in den Chat. Habe kein Headset. Meuner Jonas? Der... der hat das... Jonas? Ja, du kannst mitspielen. Schade, dass du nicht zurückkommst. Wir haben gerade eben auf dem Stream reaktet von mir. Ja, Jonas, du kannst. Komm, ich lade dich an. Jonas ist in meiner Klasse. Und ist ein ganz korrekt geniht. Warum fragst du nichts? Jonas, habt ihr eigentlich gestern, wenn ich du wäre, oder so gespielt? Wegen dem Anruf? Jonas? Jonas? Jonas... Jonas, habt ihr eigentlich gestern, wenn ich du wäre, gespielt, oder so was, wegen dem schein Anruf? Nö. Komm mal, Herr Helmiger. Wie dem... Leute, überfuschen der... Na? Ja, schau, was du heute anders hast. Ich könnte mir diese komische Zombie hören, aber du machst. Das ist ja aus dem 150-jähriger Ofen, Digga. Kannst du mir ein Skin schenken? Kannst du das machen, Aaron? Was? Ja, kannst du das machen. Ja, genau. Ja. Wie was hast du denn? Hm, sorry, ich hab schon wieder eine Chantal geholt. Ja. Hm, neuer. Du musst wissen, Nox ist gerne. Was hast du gesagt, Jonas? Ich hab 2.200, wie was? Wie hast du? Null, weil ich jetzt dann was verschenkt hab an Nox. Und so. Wegen Preise und sowas. Ja. Hm. Digga, aber Digga, hast du mich gestern angerufen? Digga, ich hab 22 Uhr fast. Ja, gut. Es war mir 2 Stunden mehr Wache. Und hab da noch Fortnite gespielt. Ja, mach ich heute auch. Ja, mach ich heute auch. Ja, ich mach heute noch streamen bis neuen Shop, Leute, ne? Also, dann fang ich so 18 Uhr wieder an zu streamen bis zu neuen Shop. An den coolsten Jungen der Welt hast du was geschenkt? Du meinst an den schwulsten Jungen Nox. Was? Jetzt hab ich dich zurück in das. Aber Digga, warum würdest du gestern nur von Polizei und Männer kommen? Ja. 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 Das hat nicht sein Miek im Arsch gehabt. Ähm. Das ist übersteuert doch nur am streamen. Ja. Ich bin aber jetzt, wie gesagt, nur eingeschritten. Wenn wir das was Nobilanz wollten und wir jetzt... Wie die Zeiten? Für ihn jetzt hier auf mein Gehner. Komm, wo ich grad bin, Aaron. Da haben wir ein paar Waffen bekommen. Menloch! Ah, cool. Direkt erste Kiste, ähm, lilan und Pampern. Ja. Marc, hier für dich. Digga! Ja. Und schon wieder hat er es gemacht, arbeitet er bei einer Porno-Seite. Jonas, er hat grad dich gemeint. Les mir in Chat. Hä? Was mach ich da, Digga? Mit diesem... Wegen diesem Rausstunde, was ist... Ja, Digga! Er sagt, du verstehst du, du steckst in Hitze den Arsch. Krasser Gangster. Hier komm, wo ich das hier mache. Ja! Ah ja. Da stecks da. So, der war für mich nur er oder nur er. Ne. Wie lange Flatsche leist? Na, komm, ich nicht. Warum, wie lange Flatsche leist? Hm, keine Ahnung, also jetzt noch zwei oder eine Stunde. Geh weg mit dieser scheiß Schrottflinte. Brauchte die oder soll ich wieder weg? Digga, mach die weg. Sprotzgleich. Guck mal, ich habe das Video auf meinem Kanal gemacht, dass die einfach fünf Sterne hat. Die ist halt grau. Und im Blau hat die auch fünf Sterne. Das ist unlogisch. Joll. Komm, komm, komm mit. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's dir ja selber angeguckt. Ich hab's gesehen. Vor allem, wie ein Sturmgewelle Level 20 ist. Das verstehe ich auch nicht. Ja. Irgendwann gibt's ganz, äh... Jonas, wie... Wo kriegt man die Spitzhacken her? Ja. Also... Ja. Von der Aufgabe, diese Dinger. Ach, die? Ja. Da musst du Feuerwerk gefunden. Kann ich dir als Nächstes drunter helfen, ne? Ja. Weil ich würde sagen, nach Blutleck und nach Late würden wir es nicht schaffen, oder? Ja. Na, Blutleck schon noch. Na, gut, da. Das ist hier. Warte. Das war ein Wecker. Hier. Na, hätte ich jetzt aber noch die Sonne. Ich geh jetzt in. Tschüss. Ja, warte. Ich musste nur kurz auf mich warten. Ich glaub, ich gehe heute auch los. Ja, warte. Ja. Ja. Ne, scheiß auf Blutleck, oder? Ja. Guck mal, da ist doch eh nur eine goldene Waffe. Eine. Wir sind so dritt, also. Guck mal, da ist doch eh nur eine goldene Waffe. Eine. Wir sind so dritt, also. Guck mal, da sind los. Vor den Stratus-Finn, ja. Ich hab den... Ich hab den 5-Finn-Finn vor den Geni gebracht. Ah, cool, da kommen jemanden. Hinten. 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 Du wirst. Hinten. tinen. Hinten. 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 Mh, glaub nicht. Dann musst du da mal tanzen. Egal, welcher Not. Ja. Das hatreg simpler. also meinst du kommst heute ist er kommt niger mag es wieder auf ich habe auch noch das so ein bisschen links war im klinik ja im fall gemeinten ist noch nicht ganz genau ich glaube hier so stehen muss man gucken ja ich glaube wir haben nicht mehr nicht es kann sein dass die vier sind oder und entzielt also bei mir waren es es ist doch alles auch wiederum dieser ja dann kommt ganz ganz kurz müssen wir in die zone da hätten sind laternen oder so mehr als feuerwerk ja genau da ist ein feuerwerk an diesen leuchte das auch junge du bist wie schimmeliges gemüse und ich mache ich kann auch nicht mal sehen da liegt die dinge wo haben wir holen oder nicht komm her nox digga markelgattenschimmel geholt also spät ist diese zwei städtischen länge jonas fliege es mir denke ja der war süß also spät ist jetzt eine zweite städtische länge aber das kommt noch mal vielleicht und die sonne ist auch wieder nerven er sprayt nur er mag man auch schlappen es ist sehr gut denn dann unten bei mir lang noch wenn ich hatte ich nicht ja ich weiß dass drei gegen ist ein teil war box er schreibt endlich ist er ich habe auch was bekommen der bett ein blau ja die frau die wo ich brauche ich brauche 8000 haben wir sind wo ist denn bitte eine wo ist eine verschneite rennenstrecke bitte der verschneit rennstrecke ist die mitte jetzt sein oder mit der ticke erst x ich habe kurz was Die Opfer sind rausgefrungen. Jonas? Also wo war das zweite nochmal von diesen, von den, ähm, hier, wie heißt das, von den Dingern, von den Spitzappen? Da hinten, warte, da. Und dann hier, so unten noch irgendwie. Okay. Ah, nur 10, 50 stumm ist erstmal, weil ich den Kater am Essen habe. Okay. Ich kann dich aber auch nicht hören. Heile. Hier ist zwar kein Feuerwerk, aber egal. Wenigstens bin ich hier abseits der Natur gelandet. Okay. 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 Was ich halt am lustigsten finde, ist die kein Feuerwerk ist. Was ich halt am lustigsten? Was ich halt am lustigsten? Was? 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 Mit Nein, darfst du nicht, Philipp, warum? Wer ist das, Zarun? Ja, okay, also kurz. Ich lass ihn einmal mitspielen. Mir ist egal, danach. Vor zehn Monaten ein paar Kurpflüsse. Easy. Ah, ja, okay. Ist nicht möglich. Okay, ich lass ihn einmal mitschocken. Weißt du? Bist du online? Philipp. Okay, warte. Ah, nehm, so. I'm so sorry, okay? Jo, mach das. Moin. Moin. Jo, mach. Jo, mach. Wo hab ich denn Popcorn? Wo ist der Mode? So, da. So, ja. Wie viel Abos hast du eigentlich jetzt? Mein PC ist immer noch Schrott, aber er ist noch eine Reparatur. Oh, scheiße. Keine Ahnung, wo es ist ein 30 oder so? Oh, was weiß ich nicht. Oh, das ist halt belastend, wenn der PC kaputt ist. Ich kann mal gucken, warte. Ich habe es genau 36. Mein PC ist jetzt sechs Monate kaputt, ja, dann muss ich los. Sven, noch ist der sechste Monate kaputt. Was hast du gemacht? Also, mit, oh, lol. Ich habe so Windows 10, aber Windows 10 hat sie jetzt aufgehauen. Oh, krass. Oh, krass. Wo geh wehen? Entschuldet ihr. Das ist mega. 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 Okay. Und egal. Ich zacke ich wieder mit Tastatur. Du kannst schon, da reicht jetzt. Eine Runde reicht. Und jetzt zackst du auf. Playstation wahrscheinlich, oder? Nee, ich zockere auf den PC von meinem Vater. Okay. Ah, und ich glaube, die, die musstest du schon haben. Ja, die habe ich ja auch. Nice. Nice. Wie findest du eigentlich die neue Jumpshot, ganz Philipp? Ja, gefällt dann. Okay, das hat sie gerade bekommen. Komm, die ist so. Natürlich kriege ich sie. Vorbei. Ich auch. Hab ein. Ist auch kratzt. Das ist gerade diese Klappe, ne? Ist wirklich so bei mir. Komm, mir hat der noch nicht mal gesprintet. Ja, bei mir kam der noch ein gelaufen hat und das ist, dass ich nicht glaube ich. Ich so. Ich so. Ich so. Auf einmal, auf einmal ist es zu haben mit drin und bin da lange, was ein Luchlobi. Ach, guck mal. Ich 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 guck mal. machen das habe ich aber schon ein gesammelt glaube ich habe ich ein freund der hat alle fort weiß aber wie er musste reingesucht haben dass er alle vorbeizt hat warte warte ich kenne wenn er wenn ich bin schlecht wenn wir nicht gekommen sind ist so und ich habe auch gerne ich treffe nur 20 jetzt da muss ich wieder die 10 los ich habe keine mädchen mehr ich habe keine mädchen und der eine hat drei hat wieder eine hat drei wie los bin ich ja das kannst du laut sagen da habe ich weiter mit spielen oder soll ich rausgehen weil du gesagt hast nur eine runde mitspielen aber müsste sich auch mal los ja na gut ist doch so ist ja auch so ja das ist vor der mark weiß nicht wo die rauskommt hast du es nicht so wartet bis er ausgekippt wird nein ich bespreche mit einer vor der stimme er ist es wirklich vor die stürmer ich bin hat man kann man waren er jetzt jetzt die richtigen schütteln er hat er vorgestellt weniger dann kann ich das machen in der runde mal auf toilette ah ja musste fettkacken hier ist fast explodiert 30 wie gesagt also sobald wird es nicht wieder anlecken oder dann sagen oder das ist auch immer heiß können wir ja schwingen ja sie empfiehlt mir die ganze Zeit mich auf jeden Fall den Mikro merkt man nicht alle Baller losliegt so fort ich schon mal jetzt danach zum Beispiel empfiehlt sie ja Baller losliegt entscheidet ihr euch ich würde sagen dass die machen ja nach der Mitte der 40 stimmel wenn wir nachher irgendwann kräftig wenn man kräftig mit nachher können wir machen johann wir machen los Aaron wenn wir es absoluter KB Salat ich habe war doch ich habe fast sagen ich möchte nicht richtig für ihn aber weißt du das Feuerwerk was ja jonas weiß auch deine jonas weiß auch deine ford die Stimme weil dagegen meine paar mussten anladen ich bin auch wieder ich bin so ein jonas kann ich meine kampf wieder haben denn ich habe keine ich bin jetzt alles gibt mir den kampf und ich bringe ich danke ich bringe nichts mit ich dachte der lebt in der trinke seit wann leben kontrolle an ladekabel seitdem für städtchen oder er hat ninja ich bin ich schwul und scheiße alter guck mich an das macht das schmerzen die waren sehen wie noch so wirklich hier noch zuerst jedoch zuerst er leckt wie butter und sohn das ist aber ganz schön schwierig ja nicht aber ich habe anderes finde ich jonas macht wieder oberprämlich klingt so nicht jonas hat mich jetzt an 22 wurde was angerufen oder kurz vor wie ist die nummer von der polizei ich möchte die polizei anrufen direkt jemand es war 21 59 oder so weil sie warten also hatten am dienstag der schwimmtag findet und wenn sie zu dem kiosk und der kiosk hat uns einfach so energie verkauft oder man so ne das kriegt ihr nicht und die kassiererin verkehrt ja vor allem so ein mann der hat so ne kriegt hier nicht bekommt so eine frau und die verkauft uns das und wenn da hat jemand und am ende wollte dass jemand kaufen und überdaufte nicht ja dominik hat also eines und der hat drei dosen digger jonas lasst passen mit kippern liegen das gibt uns er das ist ja ja selber nur schluss also vom schluss und lost mark steht da einfach nur so der schlägt man den kassierlicher okay ich konnte mir ich habe noch nicht okay das schießen kommt jetzt schon der headshot da bin jetzt schon hat dabei hat ja das ist wichtig ja gut und ich habe auch ein double headshot wie kann man so ein lost a new sein wie ich dicker ich verreckt auch bei jedem fall wollen wir immer kreis auf ein spiel ich glaube das wäre besser irgendwie schon ja ich bin ja immer ein scheiß pink das stimmt wirklich ja ich weiß doch dass du immer ein scheiß pink als habe ich doch gesagt er hat fünf vp er hat fünf vp ich verändere aber den stream jetzt erst mal erlaub ich dir das auch nicht machst du weich das ist jetzt alle geholt ich bin ein gegner ist auf dem nee zwei ich will die ganze Zeit meinen Joghurt essen, was man mag. Kommt zu mir und zieht mich wieder. Hast du Joghurt? Hast du Joghurt? Hast du Joghurt? Gut, spiel runter und sterb, mag, sonst schläge, okay? Meine Respawn-Card, perfekt. Jonas. Jede Minute stirbt er. Ich spiel ganz gechecktisch, ja. Echt? Ich spiel gerade auf dem Erdbeer. Spielst du, spielst du CoC? Manchmal, ja. Okay.